Die Sonne scheint, wunderbares Wetter auf dem Zollverein-Gelände hier in Essens-Stottenberg. Und auch die ersten Menschen sind am Start, die ganzen Helfer, die ganzen Unterstützer des insgesamt sechsten Felderbelaufs auf Zollverein. Bis zum nächsten Mal. Ja, super gefallen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, war auf jeden Fall sehr schön, also die Strecke war historisch, würde ich sagen. Gut, also sie ist mein, glaube ich, würde ich bis jetzt sagen, größter Titel in der Karriere, von daher, ich bin sehr zufrieden. Ja, super gefallen. 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 Ja, super gefallen.